Der Saisonabschluss war dann schon versöhnlich mit dieser Leistung, weil wir engagiert aufgetreten sind heute. Das hätten wir in den vorherigen Spielen, speziell im Frühjahr, auch des Öfteren so machen sollen. Dann wären wir jetzt nicht am achten Tabellenplatz. Zur Fantribüne ganz kurz, spürt man das auf dem Feld, dass mehr Druck auch kommt von den Fans? Ja natürlich, schön zu sehen, man nimmt das natürlich wahr und ich freue mich riesig für die Zuschauer, für unseren Fanclub, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie eine richtig lässige Tribüne haben und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Saison einiges zu feiern haben.